Hallo mein Freund, Flavio Simonetti hier. In diesem Video geht es um die Weltmeisterschaft 2014, Brasilien, das Aus von Italien. Was ist meine Meinung dazu? Als allererstes muss ich sagen, ich bin natürlich, seitdem ich über Fußball nachdenke, ein Italien-Fanatiker. Für mich gab es niemals die Option Deutschland oder Italien. Ich war immer 100% Italien. Das ist eine Herzenseinstellung. Das kann man nicht auf Knopfdruck sagen, jetzt bin ich für Deutschland. Ich war schon immer für Italien. 94, das Finale, Brasilien gegen Italien. Im Elfmeterschießen hat der Italiener verloren, Badshot einen versemmelt. Und da war ich fix und fertig, habe damals sogar noch geholt, war ja auch erst 10 Jahre alt. Und mein Herz hat schon immer für Italien geschlagen, deswegen war das natürlich ein sehr bitteres Aussitz, das zweite Mal hintereinander bei einer Weltmeisterschaft in der Vorrunde, eigentlich schon ziemlich peinlich. Was soll ich dazu sagen? Ja, das erste Spiel war in Ordnung gegen England, war absolut in Ordnung. Spielweise war okay. Zweites Spiel gegen Costa Rica, das war ein richtiges Armutszeugnis. Ich habe mich eigentlich schon fast geschämt, obwohl ich ja für die Spielweise, egal ob die gut oder schlecht spielen, eigentlich gar nichts dafür kann, denn im Endeffekt bin ich ja nur Zuschauer. Aber es war wieder ein typisches Catanaccio-Spiel, von hinten eine Fünfer-Abwehrkette und dann ein breites Mittelfeld und dann nur ein Stürmer. Dann haben sie am Schluss natürlich aufgemacht mit vier Stürmern. Aber die ganze Spielweise, die war absolut zum Kotzen. Jetzt das Spiel gegen Costa Rica, eigentlich ähnlich, etwas offensiver aufgestellt, aber die Spielweise war auch sehr defensiv, keine Ideen aus dem Mittelfeld, kam gar nichts. Ein Balotelli hat auch kaum Bälle bekommen und wenn er sie hatte, war er auch ziemlich überfordert. Deswegen muss ich sagen, Italien ist grundsätzlich von diesen drei Spielen verdient, rausgeflogen. Auch wenn das letzte Spiel etwas sehr unglücklich war, ich meine, ein Schiedsrichter, der so pfeift, das macht natürlich ein Spiel umso schwerer, eine gelbe Karte, wo dann eine rote folgt oder wo eine rote folgen sollte und nicht mal ein Freistoß folgt. Also, ich weiß auch nicht, was ich dazu sagen soll. Der Schiri wurde zwar schon von der italienischen Presse vorher schon, also, die Presse hat vorher schon gewarnt vor diesem Schiedsrichter, aber dass der so katastrophal pfeift, ist schade. Trotzdem glaube ich nicht. Ja, das Spiel war einfach so. Wenn Italien offensiver gespielt hätte von Anfang an, könnte es sein, dass da deutlich mehr gegangen wäre, aber es war einfach ein schlechter Spiel. Am Ende wurde es dann natürlich spannend nach dem 1-0 für Uruguay, aber ich will ja keinem die Schuld reinschieben. Es war einfach, Italien hat schlecht gespielt. Uruguay hat das natürlich dann die passende Situation genutzt mit 10 Mann. Wird das natürlich auch sehr viel einfacher. Und was soll ich sagen, ich bin froh, dass Brandelli draußen ist, dass der Trainer gegangen ist. Ich will keinen oder hoffe keinen Catenaccio-Fußball mehr von Italien zu sehen. Natürlich eine starke Defensive, brauchen wir nicht drüber reden. Aber dieses schnelle Umschalten, das wünsche ich mir etwas mehr. Und ich hoffe, dass mit einem neuen Trainer wieder schönerer Fußball gespielt wird, dass da mehr geht, dass Italien seine Stärken ausarbeiten kann. Und ich bin auch eigentlich echt interessiert daran, dass sich irgendwas tut, dass sich die Alten vielleicht langsam verabschieden, dass neue Leute kommen, dass da eine starke Führungsperson im Mittelfeld reinkommt und dass da das italienische Spiel in zwei Jahren 2016 wieder schön attraktiv wird, in der Hoffnung, dass Italien Europameister wird. Das ist meine Meinung zu dem Aus von Italien. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Mach's gut, bis dahin, dein Flavio Simonetti. Musik 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 Musik